Ich bin soweit. Leg mal los. Es gibt ein, äh, jetzt sehen sie schon gleich aus hier, ne? Jetzt hab ich's eingeholt. Ähm, es gibt ein Lager zu bauen. Guten Morgen, Blumoneo. Dini, einen wunderschönen guten Morgen, Dini. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 35 Monate im Kokon. Du darfst dir jetzt jeden Morgen frische Brötchen beim Kokon-Wecker besorgen. Moneo hatte ich schon, ne? Oder? Guten Morgen. Hey, Engel, mal holen. Wer kennt die Raupe aus dem Filmlabyrinth? Denkbar Nolli, schönen guten Morgen So Ah, es wird gelagert Sehr schön Was sagt mein Inventar? Mein Inventar sagt, ich brauche Zeug Das ist nicht, was ich brauche Das hat mich Das hat mich gestern Joker schon gefragt Wartet mal Diesmal kann ich nachgucken Ich hab's Handy hier Sekunde Das dauert jetzt einen kleinen Moment Nö Nee Aber das hab ich mir ja gedacht Also dass wir den Abgeschaltet haben Als wir Ich glaub als wir Paywalls und Entschrouded Angefangen haben Da hab ich Da hab ich den abgeschalten Und Mointou, der Ah doch Die hab ich schon mal gesehen Doch, 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 doch Ich hab die auf jeden Fall Schon mal gesehen Zumindest gesehen Angel Mehun Gesundheit Gerne Sandburg Fräulein Kein Problem Togodera Hatte ich dich jetzt begrüßt Guten Morgen So Vorratsschrank Zack 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 Schön Hier so Lass mal gucken Das endet da Ja Ja Das ist okay Wo ich's denn wieder falsch hab Das wär schlecht So Wo waren wir hier stehen geblieben Bei Uran Iridium Iridium Stäbe Alu Hier wollte ich noch irgendwas reinmachen Weiß ich noch nicht So Hier mach mal Kann ich hier den Umbruch machen Huch Das wollte ich nicht Huch Was ist das Ich kann ihn nicht zwingen Dass hier der Umbruch ist Oder Ah mit nem Leerzeichen Okay Das Das gut Ähm Ja So warte Nachfrage Da Und hier Nachfrage Da Ja Osmium und Osmium Stäbe haben wir ja auch noch Die kann ich hier hin Osmium Heiner Ein wunderschönen guten Morgen Ich hab mir sowas voll angenehmes Ja Es ist Ähm Die mittlere Reihe ist nicht symmetrisch Was Die sind alle so Also das ist bei jeder Reihe Und ich vermute Das lässt sich nicht ändern Oder Ne Das ist einfach hinten falsch angesetzt Ne Und zwar Und zwar jedes Mal Ne Nein Ich meine den Laufgang zwischen den Regalen Das geht nicht Medikus Das funktioniert nicht Tatsächlich Weil Ähm Weil ich hier hinten so viel Platz brauche Und hier vorne auch so viel Platz brauche Sonst kann ich da nicht langlaufen Und dann Kriegst du das hier Die hier Kriegst du nicht mit dich Die ist am Boden ausgerichtet Das ist immer am Boden ausgerichtet Ne So Äh Egal Das genau Das guckt sich weg Osmium 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 Da fehlt eine U Osmium Stäbe Ist hier Sehr gut Wird ich das jetzt schon? Da Da Ich habe Dost Oost Na Fischies Das ist ein Triggerspiel mit dem Lager Das Lager zu klein ist So wie du es aktuell planst Das ist gar nicht Ich kann das hinten noch erweitern Chillt doch mal ein bisschen eure Base Was ist denn nur euer Problem? Das ist super so Ich kann auch obendrauf noch was bauen Mann So Die Frage ist jetzt bloß Was gibt es denn noch so? An Gedingens Das ist ja eigentlich Der entscheidende Punkt jetzt Schwefel zum Beispiel Habe ich Schwefel schon irgendwo untergebracht? Ne Perfekt Dann können wir Schwefel Hier hin machen Was gibt es denn noch? Achso Diese ganzen komischen Quarz Sachen gibt es noch? Ja Ja Risiko hoch Ja ja genau Hast du So Der innere Monk ist stark in die Raupe Ja Na weil ich einfach nicht Wenn ich das jetzt hier nochmal umbaue Muss ich ja alles nochmal hier raus machen Ich bin Ne Tut mir leid Aber das ist es mir nicht wert Auf gar keinen Fall Ne 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 Nur weil ihr extremst rummonkt Soh Soh Ganz im Biokram habe ich woanders Na gut hier die Pulsara Also die Quarze könnte man definitiv noch machen Die würde ich aber glaube ich hier drüben hin machen So So und hier kann ich es ja aber wenigstens noch fixen Versteh bloß nicht Warum das Ne das geht nicht Siehst du das? Das ist automatisch versetzt Also ich kann das nicht auf dieselbe Also nicht exakt gleich setzen Das geht nicht Das ist das was ich mir gedacht habe Ja das ist von alleine minimal versetzt Darf ich dich an das Bauholz von gestern erinnern? Komm du mir nicht mit innerer Monk Jeder macht Für jedes Material Mindestens drei Lagercontainer Überhaupt nicht notwendig Ja also dieser minimal versatz Der ist automatisch Gegen den kann ich nichts machen Nö Vollkommen notwendig Nö Gar nicht Okay So Pulsarquars Pulsarquars Mit nem Bindestrich Blatzaquars Ohne Bindestrich Das müssen wir hier natürlich noch korrigieren Das geht's mir nicht So Magnetarquars Das geht's mir nicht mit innerer Monk kommen. So, warte. Quasar-Quarz. Quasar-Quarz. Und noch irgendeins. Sonnenquarz. Gut. Das war das. Habe ich Zeolit schon irgendwo? Noch gar nicht, ne? Ja. So, und bei dem Rest muss ich mal noch schauen. Da weiß ich noch nicht so richtig. Ach so, die Leiterplatten auf jeden Fall noch. Ja. Die müssen ja... Ach so, und Obsidian. Obsidian muss ja auch irgendwo hin. Obsidian. Und hier machen wir die Leiterplatten erst mal hin. Wo sind sie? Da. Mitte des Raumes ein Autocrafter setzen. Eventuell hier. Hier. Eventuell hier. Weiß ich aber noch nicht. Also, da bin ich mir unsicher. Vielleicht stelle ich die auch eine Etage drüber. Wobei ich nicht weiß, ob das dann funktioniert. Das wollte ich halt noch... Ja, das wollte ich dann sehen, wenn es so weit ist. Ähm... Hunger. Oh, ne? Oh, ne? So. Fein. Erster Schrank ist leer. Der ist auch leer. Der noch nicht. Der wird vielleicht auch nicht leer gemacht. Es könnte sein, dass Silizium voll ist. Also, es könnte nicht nur sein. Es ist sehr wahrscheinlich. Ich... 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 Da guckt nichts Grünes raus. Das ist der Boden. Da unten ist halt was Grünes. Ich würde sagen, ich kann nichts für die Planetenoberfläche, aber das wäre ja gelogen. I mean, das ist ja unser Job. Das würde ich so nicht lassen. Also ich habe es schon echt nicht einfach, Chat. Also der normale Teil vom Chat, ja. Ja, ich habe es schon mit einem Teil des Chats, habe ich es nicht einfach. Da sind schon echt so ein paar weirde, ein paar richtig weirde People da. Das mit den Treppen ist echt so eine Sache, ne. Hey Kruse Hansen. Achso, wir haben heute noch gar nicht den Spalt gepriesen. Ist auch jetzt gar nicht mehr so einfach zum Spalt rüber zu kommen. Preise den Spalt! Preise den Spalt! Und das fliegende Eisen, wo ist es da? Das fliegende Eisen! Ja, 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 Joker! Ja, ja! Ja, ja! Ja, man müsste halt noch so für gemischt auf jeden Fall. Also für, ne, wo ich jetzt noch nicht vorhabe, das Einzeln in irgendwas zu packen. Nicht heißt, dass es nicht irgendwann mal passiert, aber aktuell habe ich es halt noch nicht vor. Äh... Hannibal! Hannibal, ein wunderschönen guten Morgen. Vielen lieben Dank für den Resetup. Danke für 49 Monate im Kokon. Du kriegst die Buschtrommeln zur Kommunikation innerhalb des Kokons. Vielen lieben Dank. Und Kaline Suley, ein wunderschönen guten Morgen. Danke für den Resetup. Danke für 16 Monate. Du darfst dir Posterbilder und Plakate in der Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt bitte frei für ein riesiges Flauschraubengemälde. Dankeschön. Und guten Morgen, Bakusa. So, dann machen wir jetzt hier Nahrung. Ich glaube, da lasse ich noch gar nicht so wirklich was automatisch reinlaufen. Ich mache hier Wasser hin. Wasser darf automatisch. Wasser. Dann machen wir hier noch eine mit... Wäre ich hier eine mit Sauerstoff? Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe beim Eisen natürlich keinen Platz mehr, das war klar. Dann schaut mal. Ja. Hmm. Achso, hier müsste ich mal anbieten, ne? Sonst würde es ja nie leer. Moin, Frau Fohl. Ich glaube, Onkels Androhung, mich zu bannen, seit Tagen ist einfach ein Schrei nach Liebe. Onkel, soll ich dich mal ganz fest in den Arm nehmen? Moin, Zopp. Ah, wobei, ich glaube, das mache ich anders. Ja, das ist fein. So. Das zum Ablegen. Robert Container, ja. ESP, nicer Regen, Evacuum Energy. Fünf Wochen Vorbereitungszeit, ich muss mal eben auf Bau aushelfen und nicht duschen gehen. Über uns sind eigentlich auch Minijobs, so für fünf Wochen. Äh. So. Ich kann ja hier auch einfach eine Nachfrage danach und nach Bohnen reinknallen. Dann füllen die mir das hier halt mit Bohnen auf. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Okay. 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 So, der Seideschrank hier kann doch längst weg, ne? Weil der Autocrafter hier ja sowieso die ganze Zeit sofort Stoff produziert, sobald hier auch nur ein Seide raus ploppt. Seitdem ist es eigentlich ziemlich unnütz. Das ist auch ein Seide- Okay, das funktioniert nicht. Also muss ich sie doch fadlich trennen oder wie? Weil man das ja eigentlich hätte anders machen müssen, ne? Wenn das hier... Ne, das sind 150er. Warte, die kann ich ja hier mit reintun. Die hier, die hier und die hier. Und die blauen müssen eigentlich in den anderen. Eigentlich hier und dafür die 400er hier weg. So ist richtig, ne? Dann sind hier die 150, 200 und ab hier kommen die höheren dann. So, ne? Spannend, man kann hier den gar nicht auswählen, den Lirma-Samen. Den gibt's hier drin gar nicht. Die Gestaltungsliebe könnte dann für Joker heimische Gefühle wecken. Willst du das wirklich? Braucht jemand, der auch so Familie in der Hause so aufräumt? Den haben sie einfach vergessen, oder? Den Lirma-Samen. Aber das Spiel... Hast du noch nicht freigeschaltet? Achso, weil ich den nicht pro... Denkt, ich hab den noch nicht freigeschaltet. Okay. Komisch. Ja, dann machen wir erstmal nur die zwei dort auf Nachfrage. Wieso geht das nicht? Achso, weil hier schon eigentlich... Aber der das nicht... Naja, ist das in Ordnung. Wenn man sie herstellen kann. Ja. Moin war das. Na was? Vakuum-Energy. Jetzt guck ich hier doch wieder länger zu. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für elf Monate. Du kriegst ne Zuckerwattemaschine und ne Eistruhe. Good idea. Ah, das hab ich guten Morgen gesagt. Moin. Moin, moin. So. Dann können nämlich... Oh fuck. Das ist jetzt sehr belastend. Wieso waren denn hier noch welche drin? Na. Moin. Es wär so schön gewesen, ne? Das sind nur zwei. Ich könnte die halt auch einfach irgendwo verbauen, ne? Das würde halt niemand merken. Jetzt zum Beispiel... Ich hab ne Idee. Magnesium, Kobalt und Dünger. No. 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 Es gibt Grenzen. Ach, Kobalt ist hier draußen gar nicht mehr. Okay. Ich hab keinen Dünger mehr. Mist. No. Ist schlecht. No. No. Das glaub ich echt sowas, was ich gern mal hier automatisiert bauen will. Den ganzen Biolabor-Scheiß. Das geht mir so auf den Sack, das zu bauen. Die haben noch einen dritten Container. Ich hab auch grad drüber nachgedacht, weil höchstwahrscheinlich... Ja doch. Ich glaub das ist besser, als die jetzt hier in solche Dinger zu bauen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, das werden ja nicht die letzten Pflanzensamen sein. Die wir finden. So. Guten Morgen, Barbara das Silent. Kommandant Pingu hat dich schon mal irgendwann hoffentlich begrüßt heute. Ansonsten hallo, Mardas. Vielen lieben Dank für den Re-Sub. Danke für 62 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst... Endlich ein Fenster. Und Rava, einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, wir sind alle extrem... Hexy. Also, naja, weiß, was ich meine. Rava, vielen lieben Dank. Danke für 73 Monate. Ähm... Du kriegst das Doppelmonokel. Vielen lieben Dank. Dann eher noch zwei. Ja, das können wir irgendwann auch noch machen. Aber jetzt erstmal nicht. So, Leiterplatten brauche ich eine. Achso, vielleicht gleich lieber noch zwei, damit das nicht so pipetisch aussieht. Ja, ich glaube das ist besser. Wo hatte ich denn jetzt die Legierung hier hinten? Ne? Ne? Zwei, drei, vier. Headset, ein Aussetzer, Automwerk? Ich hoffe nicht. Ich hoff's nicht. schon mal, ich weiß nicht für mich. Wurde ich denn doch? Das war's für heute. Könnte man auch sagen, das sind die 200% Pflanzen, aber ist egal. Jeffrey, guten Morgen! Ach verdammt, ich seh' die Pflanzenröhre. Stufe 2 ja jetzt hier gar nicht mehr. Ja, who cares? So. Warte, ich glaube, das habe ich wirklich nirgendwo liegen. Ich glaube, das hatte ich geschreddert. Ja, der Ton war für ein Wort weg. Wer weiß. Er weiß, was da war. Guckt das Wort nicht durch das Fenster. Hallo, Marders. Vielen lieben Dank für den Re-Sub. Danke für 62 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst endlich ein Fenster. Hallo, Marders. Okay, hoffen wir, dass das heute nicht zur Norm wird. Hoffen wir, dass das heute nicht zur Norm wird. Hallo, Kaska. Ich habe das bei mir nicht gehört. Also bei mir ist alles in Ordnung. Ihr müsst mir das im Zweifel sagen, wenn da irgendwas ist. Ja. Ähm. Er ist verloren. Ja, genau. Ihr habt auch so gutes Wetter. Ja, wir haben super gutes Wetter. Wir haben sehr, sehr, sehr gutes Wetter. Okay, die haben hier schon mal alles schön wegsortiert. Eigentlich kann man das auch so machen, ne. Bin ich gar nicht so sehr bemühen. Ich finde, es sollte schon die Norm sein, dass jeder ein Fenster bekommt. Im 62. Monat ist es dann da. Oldschool Frankie. Die Glaserei im Kokon ist leider nicht die schnellste. Leider, leider. So. Das ist alles sehr schön. Jetzt ist hier hinten halt alles mit diesem Phytoplankton gedönsvoll. Kann sein, dass der Stream PC wenn sich mit mein USB verschluckt hat? Ja. Hoffen wir einfach, dass es jetzt wieder passt. Hoffen wir einfach, dass es nicht nochmal passiert. Fünf Jahre, zwei Monate hier Mitglied sein für ein Fenster. Ich finde das nochmal, ne. Also überleg mal, wie lange man früher auf einen Trabant gewartet hat. Also jetzt mal ehrlich. Na klar, Carrie, natürlich. Niemand gesagt, dass das irgendwie nach draußen gehen würde, das Fenster. Ne, das geht in die... Ne, das ist noch besser. Das geht in die Gummizelle von jemand anderem. Ne, das ist noch besser. Das geht in die Gummizelle von jemand anderem. Kann ich mir sowas schreiben. Mikrofon geht ins Steinberg und das ist am USB dran. Jaaaa. Ja, ja, das ist mir schon klar, Regie. Aber es ist ja sonst nicht. Ich wüsste nicht, dass ich jetzt gerade irgendwie an irgendein Kabel kommen wäre oder so. Wer weiß. Das ist... Vielleicht geht ja irgendwann auch einfach mal das Kabel kaputt. Kann auch sein. Du wirkst immer so harmlos, wer es glaubt. Ich bin total harmlos. Und danke, Anni. Äh, einer am Morgen nackig rumläuft. Tja. Ja, im Hardcore-Modus. Oh Gott. Guten Morgen, Jolina. Wie geht es oder können beide durchgucken? Wer schlau war, hat sich im fünften Monat ein Rollo mitgenommen, ne? Aber hier war die Wartezeit je Fenster kürzer. Hm. 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 Hinter so im Allgemeinen. Ja, ja. Alles gut, Mikus. Äh, finde ich viel zu klein. Kaum fliegt ne Drohne rum, sind sie voll. Man braucht einen zweiten. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Danke. Gerne. Moin, Kuschelweich. Toll. Chat. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass wir, ich glaube, Legierung bauen wir ja jetzt schon ab, ne? Wenn ich mich nicht irre. Hatten wir doch jetzt hier hinten angefangen, Legierung abzubauen. Ja, genau. Deswegen kommt da auch gerade ne Drohne. Weil wir das machen. Hm. Alu bauen wir auch ab. Müssen halt jetzt mal gucken, dass wir so anderen graben. Hier zum Beispiel würde ich gerne, ich weiß zwar noch nicht, was da rauskommt, aber da würde ich gerne einen, hm, einen hinstellen. Da fehlt ein Marker bei Legierung und Alu. Ja, aber ich will nicht so viele Marker haben. Ich finde das dann immer beim Rumschauen so unangenehm, wenn man dann irgendwann zig Marker hat. Ehrlich gesagt. Das mag ich halt nicht. Ach, ich hätte auch vorne was essen können. Egal. Angewohnheit. Ähm. Wir können das auch anders machen. Hier ist ja noch ne Eisenkiste, beziehungsweise mehrere. So. Da liegt das nicht da drin rum. Ähm. Erz-Extraktor. Weil man könnte natürlich auch so ne Amphibienfarm. Platziere Froscheier, um Frösche zu züchten. Da brauche ich erstmal Frösche. Wie ich denn... Wie ich denn... Froscheier, ja. Kommt vermutlich alles noch. Jetzt gucke ich erstmal wegen... ...der Erz-Extraktor. Okay. Ich bin der Erz-Extraktor. Ich bin der Erz-Extraktor. Ich bin der Erz-Extra ohne R 잠. Glocke, ich bin der Erz-Extraktor. Ja, ich bin der Erz-Extraktor. Also man kann ja... Das ist ja das Problem. Man kann ja, glaube ich, die Leuchtfeuer nicht wirklich ausstellen, ne? Ja, Silizium finde ich unterwegs. Ich nehme mir mal nur... Alu mit. Moin, Elli. Du musst es nicht bauen, wenn du es nicht magst. Ich dachte, es wäre vielleicht hilfreich. Ja, das ist halt... Also ich finde die Anzeige dann halt echt ingame irgendwann nervig. Weißt du? Ich hatte hier drüben, glaube ich, noch eins liegen, ne? Ja. Also wenn man dann ganz viele davon hat. Aber man kann es ja mit F2 ausschalten. Da geht es dann auch. Also da habe ich zwar das ganze Interface aus, aber... Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, damit komme ich vielleicht klar. So, ähm... Wir werden jetzt erstmal da drüben hin. Würde ich sagen. Eddie, habe ich dich begrüßt? Ich bin heute echt schlecht darin zu wissen, wen ich schon begrüßt habe und wen nicht. Moin. Teleporter wäre schlau, ne? Ja, wobei... Nö. Nö, nee. Bei dem, was ich jetzt vorhabe, brauche ich keinen Teleporter. Nö. Nö, nö, nö. Na, was denn nö? Black Panther, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen lieben Dank für den Reset. Danke für 62 lange Monate Support. 42, Entschuldigung. Du kriegst, glaube ich, die Fußbodenheizung, wenn ich mich nicht irre. Ist das nicht nur heute so? Heute? Heute finde ich es irgendwie besonders schlimm. Was beim Magnetarquart, weiß ich nicht, ob ich da schon einen Bohrer hingestellt habe. Aber ich glaube nicht. Meinte, Teleporter? Ah, ich glaube, das hier ging noch nicht, kann das, oder? Ja, der lässt mich hier gar keinen setzen. Das war das Problem. Dass ich hier aus irgendeinem Grund gar keinen Extraktor setzen darf. Naja, irgendwann dann vielleicht. Wo bin ich? Hier bin ich. Äh. Ja, blöd. Was ist denn hier, ne? Ich fange schon wieder an zu erkunden, Stadt. West. Wenn man die selbst bauen kann. Aha. Deswegen geht das nicht. Den Bäumen im Süden. Ja, stimmt. Ich wollte auch eigentlich hier runter. Also ich wollte eigentlich da hin und nicht da hin. Ich bin irgendwie völlig falsch. Eigentlich gar nicht unbedingt hier hin. Also Magnetarquartz muss ich mir sozusagen... Aber kann ich dann nicht das Ding da wegnehmen? Die Markierung für das Magnetarquartz, wenn ich dort sowieso keinen Erz-Extraktor bauen kann? Ach, ich lasse es mal stehen. Was soll's? Ich glaube, er wird hier desorientiert. Bisschen, ja. Ja. Ich wollte mir hier direkt in der Nähe... Hm. Generische Froscheier. Hallo, Froschei-Generisches. Das ist ein Schmetterling, ne? Ja. Habe ich jetzt einen Tilser begrüßt? Espy kriegt auch ein bisschen Lust. Das ist schön. Das freut mich. Schön hier. Ich guck mal, richtig dschungelig. Noch ein generisches Froschei. Was ist denn das hier immer so dunkel? In den Ecken. Na toll. Ach, hier haben wir aufgemacht, ne? Ich erinnere mich. Ja. Ja. Mach das, Barney. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Genieß es. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das war ich noch nicht, ne? Äh... Das Ei ist ganz schlecht. Ich muss das mal merken, dass ich hier mal noch irgendwann hin muss. Also beim Legierungswasserfall hoch, sozusagen. Hm. Kannst dir ne Notiz machen. Warte. 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 Ja, ich glaube, das kann man so machen. Hallo, Sklin. Ich freue mich immer, von mir zu lesen. Man muss auch mal loben. Ja, ich finde das wichtig. Das ist schon wichtig. Er sagt denn heute noch, du fettst. Ja, das kann man schon mal machen, finde ich. Wollt denn das? Mach mal nicht so. Die Leiterplatte kann ich hier auch reinholen. Die müsste jemand abholen, tatsächlich, eigentlich. Oder ich habe doch eine Nachfrage für Leiterplatten. Naja, ich nehme sie lieber mit. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. So, äh. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt. Hier ist ja eigentlich ein Zeolit-Marker, aber ich sehe den nicht. Ne? Also der ist ja hier. Irgendwo. Da. Da ist der Marker. Aber ich... Also hier auf der Map sehe ich den halt nicht, weil der in der Höhle ist. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen Kacke. Ehrlich gesagt. Moin Rainier. Noch eine Nachricht für den Tee reinmachen. Eigentlich für den Tee reinmachen. Genau, Fortvoll. Moin Sprung. Ja, mir ist schon klar, dass das eine Höhle ist. Trashu-Frosch-Eier. Aber es ist natürlich blöd, dass man das dann nicht ordentlich sieht. Auf der Map, die Markierung. Das finde ich schon ein bisschen schade. Beutel rausnehmen muss, wenn du das hier liest. Ja, ich glaube, das ist nicht notwendig. Heizungsstufe 5. Nice. Rainier! Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 27 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Baumeister Money kommt bei dir vorbei und nimmt Maße für ein Fenster. Vielen lieben Dank. Er hat Fotos von den Satelliten, oder? Ja. Leider haben wir was zum Röntgen. Ein Röntgenmodul offensichtlich nicht da reingebaut. Das prangere ich an. Nochmal ganz kurz runter gucken, weil da so viele Amphibien-Dinger sind. Hallo. Froschis! Noch mehr Froschis! Und noch mehr Froschis! 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 Trüten! Hmm. Moin, Bambl. Gott sei Dank. Hääääh! Häääh! Al. Teo. Def. Ich das hier offensichtlich einfach vergessen hab, ne? Tja. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was mit Vergangenheitsraube nicht stimmt. Und der. Der. So, das Schlimme ist, dass ich bestimmte Sachen zu Hause gar nicht nachfrage. Das hier zum Beispiel. Sauerstoffkapseln könnte man mal nachfragen. Man könnte ja auch das hier alles nachfragen. Ich muss halt nur dran denken. Ja, ich versuche einfach ein bisschen dran zu denken, dass wir das nachfragen müssen und nehme das mit, wo ich mir echt sicher bin, dass ich das nicht zeitnah nachfrage. Und Baumrinne fragen wir glaube ich sogar schon nach. Ja, doch. Jetzt hab ich eingestellt. Der könnte nur voll sein. Und da müsste ich mal einen besseren hinstellen. Ich nehm den Dünger mit. Die Froscheier lasse ich auch transportieren. Okay. Ist hier überall eingestellt. Angebot alles, ne? Das ist ja fatal. Echt raupe. Was zur Hölle stimmt mit ihr nicht? Also wirklich. Ja, weil ich mal, da war ich hier mal so quasi versehentlich, ne? So wie jetzt. Ich bin ja eigentlich auch gar nicht geplant hier. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Damit sowas erstmal geholt wird. Ja, ich glaube. Ich glaube, das werde ich machen. So, wo ich ihnen halt einfach erstmal alles reinballern lasse, ne? Das ist ne Kiste. Das ist ne Kiste. Oh, Alter. Das ist echt schlimm. Ich will eigentlich nur so ein paar Erzextraktoren aufstellen, ne? Das funktioniert überhaupt nicht. Das klappt nicht. Moin Delfin. Na, ich kann es nicht liegen lassen. Was? Das habe ich nicht kommen sehen. Ich hätte gehofft, der macht mir hier was Sinnvolles. Was? Das ist sehr tragisch. Sehr, sehr tragisch. Ich habe die Kiste gesehen, aber ich ignoriere die jetzt. Ich habe ein volles Inventar. Ich kann mir das nicht leisten. Ich frage mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Baue ich hier schon irgendwas ab, nö, ne? Sieht nicht so aus, als würde ich hier irgendwas abbauen. Könnte man hier was abbauen? Könnte man. Ausmium. Baue ich ausmium schon ab? Denkbar. Egal. Baue ich ausmium. 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 Ah, hier sind die zwei Solarpaneele. Ach, schön. Da wäre eine Erinnerung wach. Die Gedenksolarpaneele. Das ist wahr. Das habe ich vergessen. Dankeschön, Tassadra. Moin, moin. Wenigstens einer passt hier auf. Chat. Immerhin Tassadra passt auf. Aufpassen. Um die Uhrzeit. Ja. Oh, weißt du was? I mean, way not. Ich könnte sagen, vielleicht, weil ich zu Hause keinen Platz mehr habe. Aber ich hoffe einfach, dass ich dafür noch Platz habe. Ah, wir haben Feiertag. Hallo, wir sollen doch nicht Backseat-Gamen. In so einem Fall ist das vollkommen fein. Ja. Ist der Unterschied zu dem, was ich gemacht habe gegenüber Backseat-Gamen. Nein, du hast das toll gemacht. Das ist vollkommen in Ordnung so. Das ist sinnvolles Backseat-Gamen. Oh Gott. Muggel, ich wünsche viel Erfolg. Sinnvolles Backseat-Gamen. Okay, gespeichert. Äh. Hier brauche ich echt meinen anderen Schrank. Das geht so nicht. Okay. Das geht so nicht. Hm. Hm. das wäre schon besser ich da so an die ecke das war mal anders am baustattenschrank so mit da Wobei, das kann ich auch per Hand machen, jetzt mal im Ernst. Das muss ich nicht die Drohnen machen lassen. Ich meine, ich stehe hier. So. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich werde ihn dann an den Rand versetzen. Versetzen jetzt an den Rand und nicht dann. Das gefällt mir nicht, wie die hier stehen. Nein, nein. Nein. So. Moin Entity Starter. So, jetzt passt halt der zweite dort noch nicht die AG daneben, das heißt, äh, erstmal kurz das da rein, jetzt komme ich hier nicht raus, ich brauche hier mehr Schränke, das geht so nicht, Moin Bums Made, das funktioniert so nicht, so gar nicht, Ah, zu, nicht, äh, Alge, Also, Das war's für heute. Ähm, das, 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 das. Das weg. Ja, so langsam. Alke. 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 Jetzt sind wir schon eine Weile vorbei. Eine ganze Weile. Tatsächlich. Äh. So. Jetzt machen wir das so hier. Und stellen noch kurz einen hier hin, weil in den nicht alles passt. Ach, verdammt. Ne, das da erstmal wieder rein und jetzt das da raus und das da rein und das kaputt. No. No. Ah. 40 Gits. Schöne Zahl. Ja. Und Atlas. Ich denke schon, aber diese Cubes nicht. Die Cubes sind super. Die habe ich aber auch noch nicht, noch nicht lang. Also, ne. Deswegen sieht man mich ja gerade, wie ich das hier mache, weil ich die noch nicht so lange habe. Oh, Bergine. Nicht geschrieben, ne. Oh, Bergine. Ja. Obviamente. Mag es nicht, dass die Abstände unterschiedlich sind, aber... Achso, ne. So geht's. Ja, das ist okay. Damit komme ich klar. Ähm. Ach, verdammt. Ne, warte. Das mache ich anders. Äh. Halt. Hier nochmal alles raus. Da drüben rein. Weil. Hier soll was anderes hin. Nämlich. Stickstoffkartusche. Das ergibt ja viel mehr Sinn. Direkt hoch. Direkt da daneben. Wie lange hast du gebraucht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Ähm. 20 Stunden. Echt nur? Ne, nicht so. Da fehlt ein S. Gucken wir doch mal. Innerhalb der letzten 90 Tage haben wir 31 Stunden kleinen Crafter gespielt. Also ziehen wir da mal ruhig noch ein bisschen was ab, weil wegen Anmod und so, aber... ein bisschen mehr als 20 sind es schon. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube nicht. Wenn du es das erste Mal spielst, dann nicht. Ah, es war geraten. Achso. Also nicht, wenn du es zum ersten Mal spielst. Ich habe es ja in der... Ähm. Die Nachfrage habe ich jetzt eingestellt. Ich habe es ja in der Early Access Version schon gespielt. 2022 habe ich da schon sehr viele Stunden versenkt. Ich esse jetzt einmal ein paar Auberginen. Ja, das würde ich natürlich gerne noch mit dem ganzen Rest machen, aber wir haben einfach dafür noch nicht genug. Spielst du zum ersten Mal. Ja. Dann ist das vollkommen fein. Macht dir bloß keinen Stress. Genieß es. Spiel. In Ruhe. Okay. Dann habe ich schon bald keine Leiterplatten mehr, ne? Das Leiterplatte kann ich doch bestimmt herstellen, oder? Kann ich? Ja, hier muss ich auch mal weg. Wo wollte ich denn den hinstellen? Hatte ich für den schon einen Plan? Kann ich ja nicht hier stehen lassen. Sieht das scheiße aus. Ähm. Aber hier kann ich ihn ja auch nicht hinstellen, dann komme ich ja nicht mehr durch. Ich könnte ihn da hinstellen, dann nehme ich mir allerdings Platz für weitere Schränke. Da weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich mir ja unsicher. Wo habe ich denn Klumpen hingetan? Habe ich Klumpen überhaupt auf Lager? Vermutlich nicht, ne? Biostoffklumpen? Das ist halt genau sowas, was ich meine. Das müsste ich eigentlich automatisch herstellen, damit wir das nicht... Weil das denn dann echt... Also diese ganzen... Dieser ganze Bio-Kram geht mir so auf den Sack, dass... Das per Hand jedes Mal herzustellen, wenn ich denn dann mal was brauche. Äh. Wie viele machen wir denn jetzt? Das sind die mir jetzt zehn. Zehn Pilze. So. Brauche ich noch zehn Wasser. Quatsch. Fünf. Hm. Zehn Silizium. Guck mal erst mal hier. Habe ich mir nämlich gedacht. Äh. Vier, Anu. Quatsch. Fünf, Anu. Ja. Das passt da definitiv nicht alles in meine Tasche. Das sehe ich da jetzt schon. Ich mache jetzt mal ganz kurz die Klumpen. So. Jetzt habe ich mich am Kaffee verschluckt. Wieso, Dragnar? Warum verschluckst du dich da am Kaffee? Das verstehe ich nicht. Da gibt es doch gar keinen Grund, wenn jemand sagt, ich wäre ein Pro. Hä? So. Dann haben wir hier ein paar Leiterplatten. Regierung. Okay. 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 Today. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hmm... Ich brauche einen RT, wie ich mir gerade vom Stuhl gefallen. Ich darf da hinstellen, dann einfach immer das Rezept auswählen von dem Biogramm, was du gerade brauchst, könnte ich ja. Aber es dauert dann ja, gegebenenfalls länger. Doch, bei uns schon. Ja genau, F5 hat geholfen. Wie der Tonaussetzer hatte nur ein Ton auf einmal weg. Was? Verstehe ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass da nicht wirklich ein Tonaussetzer war. Sondern, dass das irgendwie lustig auf irgendwas bezogen war. So. Sarkasmus. Achso. Gut, 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 gut. Das ist gut. 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 Plankton A. Ich brauche ja echt einen zweiten Schrank, damit das Inventar nicht immer so elendig voll ist. Gut. Nee, anders. Das da rein. Wird enger in dem Raum. Nee, eigentlich nicht. Also nicht enger als vorher. Nicht wirklich. Nicht viel. Endlich. Okay. Okay. Und wenn ich in dem Raum. juni ist das in der Nähe. Gut. 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 Heute eigentlich Samstag oder Sonntag? Sonntag. Sonntag Möfisloor. Sogar ein verkürzter Sonntag, weil ich maximal bis 14.30 Uhr kann. Habe ich einen Poltergeist? Hallo, Dilly Penguin. So, und dann machen wir noch den hier. Eigentlich noch zwei, weil der Honig hier auch noch steht. Morgen sehr wahrscheinlich kein Stream. Morgen ist Freitag, eventuell abends. Weiß noch nicht. Also geplant wäre kein Stream, aber vielleicht. Kaffee trinken am 14.30 Uhr. Ne, wir sind bei Freunden im Garten. Also wir bringen den Kuchen mit, weil darum gebeten wurde, dass wir den Kuchen mitbringen. Aber, äh, ja. Plankton C. Aber futtert den doch schon auf dem Weg dorthin. Ne, ich muss ja, ich muss fahren. Das würde nur funktionieren, wenn die Regie fährt. Aber das ist vermutlich der Grund, warum die Regie dann meist nicht fährt, sondern ich fahren soll, damit ich die Nahrung nicht auf dem Weg schon weg esse. Ja. Vermutlich ist das der Grund. Jetzt habe ich, nee, warte mal. Hier steht das ja eigentlich falsch, ne. Ich wollte Honig, wenn dann hier vorne. Wobei man das natürlich auch... Ich komme hier aber eigentlich eh nicht durch. Also ich muss hier eh obendrauf springen. Licht wäre halt auch irgendwie mal geil überall, ne. Ja, es ist so dunkel immer nachts. So. Wie stelle ich denn hier hin? Kann man das auch alles hier hinter... Ne, warte. Ich glaube, ich mache das anders. Kann man das auch alles... hier hinter stellen? Maybe. Mal auf. Wir machen das doch so. Wir stellen das hier hin. Dann kann ich vielleicht alles hier hinterziehen. Weißt du, was ich meine? So. Oh, nicht. Dann könnte man die vielleicht auch noch umbauen. Oder ich lasse das so, weil... wir sowieso noch mehr Platz brauchen für... die Bioproben und den ganzen Scheiß. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Ja. Wir lassen es erst mal so. Gut. Tschüss. Ah, ja. 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 in zehn weitere dimensionen einlagern kann das wäre nicht schlecht das fände ich nicht so verkehrt die drohen haben gerade echt sehr viel zu tun oder ich brauche vermutlich mal irgendwann mehr drohen ja ich könnte das eisen wegschweißen aber ich kann nicht so richtig hier noch die alten schränke hast ja ne ist süß oder aber das liegt halt auch einfach daran dass ich nicht genügend leiterplatten und so habe fehlt halt einfach so gibt es denn jetzt eigentlich noch was was ich noch abbauen könnte einmal kurz überlegen was bauen wir denn alles schon ab schon alle leiterplatten gelootet also den kram hier oben bauen wir komplett ab schwefel auch und obsidian wäre eine option ja obsidian ist auf jeden fall eine option die gerum bauen wir auch schon ab obsidian noch nicht ja das heißt drei osmium ein stab zwei iridium stäbe mal ganz kurz nach dem strom gucken so obsidian wäre ja hier unten ne unterm pilz da wo es heiß ist oder haut man da war da obsidian ja ne ich glaube schon pilz 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 da da wäre ein teleporter gut stimmt ich könnte mir echt mal angewöhnen einfach auch teleporter stehen zu lassen ja höchstwahrscheinlich flische luft beim fliegen schadet auch nicht wie ist das hier einmal mit dem baum inzwischen aussieht denn es sich so als aufgesprengt hat schön entity starter wenn du wenn du dann den teleporter hast hast du auch das sauerstoffproblem nicht mehr der teleporter ist dann nur noch dafür gedacht dass du schneller von einer b kommst stimmt ne da kann ich dann auch marke abbauen das war das war so Ja, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich muss noch ein Stück nach Süden. Trotzdem noch die Wegmater, das könnte auch praktisch sein, das stimmt. Ja, aber da kann man dann auch immer nach Hause und von da aus teleportieren im Zweifel. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Es gibt viele mögliche Wege. Was ich wieder vergessen habe, das darf man nicht daran erinnern. Ich habe so eines freigeschaltet zum Bauen, was ich gerne machen möchte. Heizung 5 zum Beispiel. Also nicht nur, aber... Und dann hier Amphibien-Gedingens wollte ich auch machen. Amphibien-Gedingens Hat der Gruppe voller Beschallung vorbei? Welches Lied? Mir völlig egal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie... Ich weiß nicht. So. Gucken wir mal hier. Yo. Let it snow. Let it snow. Man kennt's. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ach, ne Farbe kann ich dem nicht verpassen. Das ist schade. Ehrlich gesagt. Das wäre ja schon hilfreich, ne? Wenn der ne Farbe hätte. Das wäre ja schon hilfreich. Das müsste er aber jetzt eigentlich wegsortieren hier. Das hier smoother gehen. Folgende Statue nicht. Den hier auch nicht. Das verstehe ich, aber... Aber vermutlich haben die einfach viel zu viel zu tun, ne? Ne, warte. Wo ist denn hier Mutagenstufe 2? Ey, jetzt sag mir nicht, dass es wieder... Wieso ist es nicht auswählbar? Bei Vakuum. Rechts mittig. Ne, ist ja hier nicht. Die habe ich schon. Und das sind aber Mutagenstufe 3 und Stufe 4. Klar kann ich Mutagenstufe 2 schon herstellen. Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Hä? Na, was? Nö? MJK der Franke. Vielen lieben Dank für die Recept. Danke für zwölf Monate im Kokon. Du darfst selber ein Käppchen geben. Und dann sorgt sie gerne dafür, dass deine Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Hä? Ey, das ist ja mal voll weird. Wieso kann ich denn schon Stufe 3 und Stufe 4, aber Stufe 2 nicht? Wie weird. Ich weiß nicht, ob das eventuell irgendwie an die Story geknüpft ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Moin, Ava. Ich nehme den jetzt erst mal mit runter, weil mich das stört, dass der hier oben steht. Mitten im Raum. Malzeit, Zappok. Komm, mit der Unterschiede in diesen Biomasse rein. Wahrscheinlich hast du, wie ich auch, erst irgendwas gepusht, was der Entwickler anders gedacht hat. Na, und dann? Also, wie fixe ich das jetzt? Kann ich das fixen? Weil, das ist ja fatal. Hier kommt's. Insekten. Ich habe Insekten einfach noch nicht hoch genug. Ha! Ja, das kann man ja aber ändern. Ja, gut. Das ist ein Argument. Nicht? Das ist ein Argument. Shit. Dup-dum. Ah. Dudududum. Danke, Enrico. Das wünsche ich ebenso. Das wünsche ich ebenso. Soll er auch irgendwo Lima-Als haben. Vermutlich. Äh, ich gucke dann gleich mal. Ich will jetzt erst mal bloß ganz kurz wegen den Schmetterlingsdingern schauen. Ähm. Ich mach mal drei vielleicht. Ein Autohersteller wäre schon manchmal was, ne? Hm. Pilze. Ba-dum. Okay, abdacta. Silizium. Silizium. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir brauchen mal drei Schmetterlingsraupen. Laufen. Dings. Ich frau ein bisschen Ruhe, das machst du richtig. Seltener Mutter gehen zwei Dünger. Boah, wo hat ich den Schwefel hingetan? Nein. Exakt drei Stück. So, das muss in den Inkubator, wenn ich mich nicht irre. Ja, kommt das hier rein. Klick, das dauert jetzt einen Moment. Wieso habe ich zu viel Wasser dabei? Was denn da passiert? So. Ach ja, wir wollten ja mal hier gucken. Wegen dem Lirma-Samen, aber das sieht nicht so aus. Ach doch, da. Noch ein paar Stufen bei Tiere. Dann. Kommt er. Mhm. Mhm, 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 mhm. Guck. Sehr schön. Genau, den wollten wir haben. Ach so, nee, warte, ich muss abwarten. Ich warte immer nicht. Jetzt. Ich bin echt angewöhnt. Schön. Mega komplex, finde ich gut. Habe ich nicht gedacht, als ich es mir geholt habe. Ja. Also das geht schon echt richtig gut weit. Du kannst richtig viel Zeit in dem Spiel verbringen. Ja. Ja, ja, ja. So, wir können ja schon mal gucken, wegen Heizung Stufe 5. Boah, das geht ja. Das können wir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Da, 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 da. Definitiv. Definitiv. Definitiv, Entity-Starter. Ja. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Äh. Machen wir lieber so. Ich weiß selbst so nicht, ob das in mein Inventar passt. Vermutlich nicht. Außerdem habe ich hier eh nicht genug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, mehr schaffen wir nicht. Gut. Schwarze Pulver. Schwarze Pulver. Ja. Da dachte ich nur so, hm, hier soll es mal grün werden. Ja. Wird das. Es braucht nur ein bisschen Zeit. Hm. Boah. Okay, der ist groß. Kann ich aber nicht bauen, weil hier diese Dinger auf dem Boden sind. Unten ist aber auch nicht schön. Kann ich es denn auf, das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich es vielleicht auf Fundamente bauen? Angenommen, ich sitze hier jetzt. Ich kann hier auch keine Fundamente hinsetzen. Echt jetzt? Das ist doch unangenehm. Ich dachte, ich könnte wenigstens drüber bauen. Okay, erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Geht. Okay, das ist natürlich gut. Nur, dass ich halt überhaupt nicht sehe, wie ich die setzen muss. Alter, was für riesen Teile einfach. What the heck? Außerdem sieht das scheiße aus auf den Fundamenten. Das geht nicht. Weil es nicht wirklich auf dem Fundament steht, sondern drin. Okay, so nicht. Das ist schon sehr groß. Das ist schon sehr, sehr groß. Im Vergleich, wie viel macht denn so ein Teil? 3,69 NK. Bei 500%. Ja gut, keine Ahnung. Okay, an das hintere kommt es nicht ran. Deswegen, wenn ich den hier abreiße und hier vorne irgendwo hinsetze, geht es auch wieder, oder wie? Oh. Nice. Pionna, wenn er den mitnimmt, beschwere ich mich nicht. Das sind das riesige Teile einfach. Uff. Riesig. Habe ich eigentlich die ganzen Froscheier hingetan? Wärmepumpe wäre kleiner. Mit der Kugel oben drauf schon groß. Hatte ich im Ground War? Theo hatte ich schon, ne? Und Ground War 4, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 30 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Äh. Du kriegst einen Thron. Für dein Badezimmer. Da ist es, Muttergehen, Stufe 2. Dankeschön, Ground War. Danke, danke. Und Entity Store, danke für den Follow. Äh. Jo, haben wir ein paar Heizungen gesetzt? Das ist schön. Was sollte ich? Ach ja, Schmetterling. Der dürfte ja jetzt durch sein. Jo. Joht. Joht, joht, joht. Also so enorm viel schneller geht das jetzt hier nicht hoch. Wenn man mal ehrlich ist. Und ich will natürlich auch noch die ganzen Fische. Ähm. War das mit den Fischeiern? Nee, das war nicht hier. Wo war denn das? Äh. Hier maybe. Ja. Wie krumm habe ich schon. Wird natürlich aber auch noch gerne die hier alle. Was sind denn Froscheier? Apropos Froscheier. Da muss ich mir mal eine Kiste aufstellen. Ich glaube nämlich, dass die irgendwo rumliegen. Meine Froscheier. Und das ist ganz schlecht. Wo habe ich denn die generischen Froscheier hingepackt? Ach warte, maybe hier? Nee, hier habe ich nur das eine Lava Froschei. Aber wo ist denn... Und sie das hier hier nicht wegsortieren, weiß ich auch nicht so ganz. In dem einen Schrank, wo du so viel Stuff gehunden hast. Hm. Ich bin beim Looten und es ist denkbar. Um... Quatsch. Krass, keine Stiebel mehr. Weil das Schwefel nicht hier ist, kann der das nicht, ne? Das Schwefel steht nicht hier drüben. Fuck. Das ist unangenehm. Das hier wird vermutlich auch nicht weit genug gehen, dass es reicht. Doch. Oh Gott sei Dank. Freude. Kommt auf. Kommt auf. Ähm. So, und das eine brauchen wir gut hergehen. Quatsch. Äh. Äh. Das ist T3. Okay. Aber hab ich alles. Gut, reicht. Danke. Erstmal ein bisschen was. Und jetzt hätte ich gern, äh, noch so 2, 3 Mutter gehen 2, wenn's geht. Das liegt hier nicht hin. Wieso nicht? Liegt hier alles rum. Achso, warte. Äh. Ich weiß wieso nicht. Achso, nee. Eigentlich dürfte ihm ja egal sein, ob das hier eingestellt ist, oder? Ist das nicht egal? Mal abgesehen davon, dass ich die nicht einstellen kann. Okay. Kriegt das so hin? Nö. Wieso nicht? Oder der Honig ist zu weit weg. Oder ich hab kein Mutter... Nee, aber Muttergen hab ich. Okay, kriegt er denn Muttergenstufe 3 hin? Kriegt er. Honig könnte zu weit weg sein. Das genügt schon mal. Danke. Hm, was ist denn das da? Kleinktun A, B, C. Ich glaub C, ne? Ja. Äh. Äh. Können wir schon mal laufen. Und... Ja, 20 Meter Reichweite ist echt nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Wir müssen mal hier... Kriegt das hier hin? Reicht, danke. Dann haben wir von denen auch noch 3. 3 von den einen, 3 von den anderen. Das ist, glaub ich, okay. Mulani-Fisch-Eier. Guck wie hübsch. Ihr nehm... Das muss man auch noch bauen, ne? Oh, das ist was anderes. Buju-Fisch-Eier. Okay. Ich brauche noch mehr für den Plankton C. Der Orden Xa, oh moin. Uh, hübsch. Hello. Hübsch, hübsch. Was für ne Larve? Ne gemeine Larve. Okay. Ne, nicht so viel, nur zwei, sonst reicht der Dünger nicht für das, was ich hier unten noch habe. Und drei Wasser. Oh. Um. So, bauen wir mal ein bisschen an. Ach so, das geht gar nicht. Muss das, wo muss denn das sitzen? Ah, okay. Ich muss auf dem Grün sitzen. Na gut, dann halt hier. Ein Ulani-Fisch. Ne, warte, Fisch hier hinter. So, jetzt habe ich Lava um Froscheier, aber ich hatte doch definitiv auch noch ganz viel verschiedene andere. So, und da ist halt jetzt die Frage, wo habe ich das hingetan? Ich fasse mich selbst. Wieso mache ich sowas? Wieso tue ich das irgendwo hin? Oh, schießt! Na? Eigentlich ist nur Vergangenheitsraupe so komisch drauf. Ja. Oder? Das ist echt wild. Ah. Ah. Elera-Fisch-Eier. Schön. Schön. Hübschi, hübschi, hübschi. Das war, glaube ich, nicht beim Osmium. Ich weiß halt wirklich nicht mehr so genau, wo ich das hingepackt habe. Ich glaube auch, ich werde die Aquarien jetzt umbauen. Fällt mir nicht so richtig, dass die hier so in der Ecke gequetscht stehen. Kann ich direkt mal nutzen, dass ich jetzt hier ausgebaut habe. So, man kommt ja hier so hinter. Da können wir doch hier ruhig Aquarien stehen lassen. So. Ja, das ist viel schöner. Statt Raupe, wo ich automatisch am Ende geschrieben habe. Ich merke es erst jetzt. Das ist nicht schlimm, Heiner. So. Jetzt trage ich mich immer noch, wo sind die anderen Eier? Wo habe ich das hingetan? Ziemlich sicher nicht hier. Hier habe ich das angefangen abzubauen. Ich glaube, bei dem... Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich das da hingetan. Also von hier aus Richtung Westen, ne? Tipp auf den Krater. Ja, ja, ich glaube auch. Ich habe das beim Krater hingelegt. Da ist ja auch noch was. Mann, 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 Mann. So viel noch zu entdecken. Okay, wo bin ich? Dort ungefähr. Also ein bisschen nach Nordwest. Also ein bisschen nach Nordwest. Also ein bisschen nach Nordwest. So, Heine. Yo. Das wurde hier halt auch alles noch nicht abgeholt. Ich habe zu wenig Drohnen. Ich sage es so, wie es ist. Ich habe zu wenig Drohnen. Die packen das nicht. Kriegen das nicht weg. Das ist zu viel Kram. Ich muss das jetzt hier mal so einigermaßen auf die Kette kriegen. Jetzt wird das ja nichts. So, wo ist zu Hause? Da. Offen für Anfragen für ein Key zum 1.0 Release am 20. Mai. Joker. Das ist aber toll. Wo ist ein Himmel jetzt da? Ich glaube, ich soll hier nicht sein. Aber das hier ist halt der kürzeste Wie... Egal. Egal. Nicht davon ablenken lassen. Einfach weiter. Einfach weiter. Okay. Gar nicht irritieren lassen, wenn man durch den Berg glitscht. Damit die zuerst geleert werden. Ach, geht sowas? Verdammt. Das wusste ich nicht. So, Traju-Froscheier. Auch sehr hübsch. Blaue Froschis. Hm. Äh. Fischvitrine. Nice. Hm. Hm. Ja, na, eigentlich können wir das erstmal hier reinballern. Weil. Das sollte ja so irgendwann wegräumt werden. Aber hier ist schon mal besser. Als da hinten. Ja, Fische an die Wand kleben. Ja. Juhu. Yay. Darauf freue ich mich sehr. Ja, da habe ich Bock drauf. Kann man einfach random so einen Fisch an die Wand kleben. Doch, das finde ich gut. So, davon. Und dann brauche ich noch Wasser. 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 Ich glaube, ich werde die ein bisschen verteilen, oder? Nicht so, nicht so akkurat nebeneinander. Mir gefällt das nicht so, wie die jetzt stehen. Also klar, die dürfen schon in der Nähe stehen, aber nicht so super gerade. So. Genau. Ja, so ein bisschen wild. Generell haben wir überlegen, ob ich das ein bisschen verteile. Also ich meine, klar, das hier hatte ja mal einen Grund, aber... Kann man die Fische dann auch in die Seen setzen? Noch kann ich das nicht, aber ich habe ein Ding gesehen beim... Also das sah so aus, als könnte ich da was freischalten, wo das dann geht. Äh... Hier, Fischbarn. Das sieht so aus, als geht es ins Wasser. Hallo, Raketen-Josef. Hm. Den haben wir da schon drin. Naja, egal. Weißt du, wenn ich das jetzt hier einfach alles ein bisschen verteile, klar, dann hat der Maschinenoptimierer nichts mehr zu melden. Ehrlich gesagt, aber... Nee. Machen wir da auch einfach mal was anderes? War das überhaupt schon in der Stufe 2? Vermutlich nicht, ne? Nee. Das war noch in Stufe 1. Optimierer. Äh... Äh... Wir bauen die Ebene hier mal ein bisschen um. Ja. Unte 2. Du kommst mit. Er passt nicht, ne? Ich hätte halt auch gerne die Pflanzen ein bisschen gemischt irgendwie, aber... Na, also die Blumen in gemischterer Form. Wird immer so, äh... Ein und dieselbe Blume. Aber die... Sind halt... Also vom Sauerstoff-Dings her... Die besten. Frage ist nur, interessiert mich das? Vielleicht juckt's mich auch einfach nicht. So, hier haben wir noch den und die. Da hätten wir noch zwei anders Aussehende. Achso, und dich muss ich noch mitnehmen. So, und da haben wir die drin. Hier haben wir die. Dann machen wir die hier rein. Hier hinten machen wir mal so eine. Und dann mach ich hier. Machen wir die. So. Dann wird das hier ein bisschen bunter. Stimmt's, Froschi? Und jetzt machen wir das gleiche mit den Schmetterlingen. Die verteilen wir jetzt auch. Wenn es natürlich hier viel leichter ist, so zu befüllen und so. Passt. Gut. Also... Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schmetterling. Ich sollte die vielleicht gleich... Da einsetzen, sonst. Weil es mir ja noch schwerer, als ich's so schon hab. Mö, 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 mö. Wo ist die Schmetterlingsfarm hin? Hä? Ach das. Oh Gott. Ich stelle da gerade was von Fischfarm 2. Ach ne, von Fischfarm, ne? Also die, ja. Cool. Okay. Okay. Die hier? Davon habe ich bisher auch bloß die eine gefunden. Bis jetzt. So, dann setzen wir die Bienenstöcke noch hier rein. Da ein hin und hier oben ein hin. Und sagen, hier alles anbieten. Und hier auch alles anbieten. So. Und jetzt verteilen wir noch die Frösche ein bisschen besser. Dass die hier nicht so am Rand umhängen. Ich meine, ich finde es eh schöner, wenn die sich ein bisschen mehr davon wegbewegen würden. Also wenn es ein bisschen entfernter stehen würde so. Also nicht entfernter, sondern wenn die Tiere sich halt ein bisschen bewegen würden. Statt da einfach so rumzusitzen. Aber das sind halt offensichtlich faule Frösche. So. Ja, das ist doch das schon ein bisschen schöner. Der steht ein bisschen weit am Rand, finde ich. Aber das ist schön. Auch Gegner bei dem Spiel? Ne, das ist cozy. Das Spiel hier ist cozy. Du hast, äh, der einzige Gegner am Anfang ist, äh, ist das Überleben. Also, ne. Ist sich darum zu kümmern, dass du nicht bedurstest, nicht verhungerst und nicht erstickst. Na, was ist denn neu? Fährt rum. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 89 Monate im Kokon. Danke für den sehr langen Support. Du kriegst einen kleinen Ball zur Aufbewahrung deines Taschenkelvins. Es ist völlig in Ordnung, kleine Menschen in Bälle zu stecken. Also, das haben wir dank Pale World gelernt. Ja. Das ist okay. Und keine faulen Frische. Denen fehlen nur die Röthentunnel, um unter den fehlenden Autobahnen durchkrabbeln zu können. Ja. So, die Eier packe ich mal da rein. Honig gehört irgendwo hier hin. Hooli-Frosch-Eier. Hooli-Frosch-Eier. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Haben wir einen Mutagen-Stufe 4 rumliegen? Nee. Aber das kann ich ja auch craften, ne? Ich brauche einen Mutagen-Stufe 3. Ja, dann. Machen wir mal einen Mutagen-Stufe 3, bitte. Danke. Und jetzt einen Stufe 4. Und jetzt brauche ich noch einen Dünger. Habe ich nicht. Müssen wir craften. Crafte mir mal Dünger, bitte. Und eine gemeine Larve und eine Wasserflasche. Äh, 1667. Nicht sonderlich viel im Moment. Danke. Das reicht. Das reicht. So. Dann wollen wir hier mal das Fisch-Ei-Dingensen. Forschung. Sehr gut. Und jetzt gehe ich mal kurz aufs Clou. Für kleine Flauschrauben. Wir machen mal eine klitzekleine Pause. Für ein paar Minuten. Nicht lange. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Das ist interessant. Schon wieder da. Äh. Gut. Ah. Danke fürs Wettbeer. Ähm. Die Heizung habe ich gebaut. Fischfarm können wir ja jetzt. Fischfarm. Mal wieder. Da versteckt sich schon ein Frosch. Guck mal da. Da. Da hockt einer. Neuer Bauplan. Lirma-Samen. Jetzt können wir Lirma-Samen. Und das heißt, ich kann jetzt auch Lirma-Samen hier einstellen. Dass die hier eingelagert werden sollen. Höchstwahrscheinlich. Genau. Nice. Jetzt klappt das. Tiefe. 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 fertig ja die froscheier sind fertig wo stellen wir dich denn hin hier oben mit die sind ja mega bunt ich glaube an denen sollte man echt nicht lecken so jetzt müssen wir eben den autografter ausmachen sonst macht er uns hier nämlich die ganze zeit dann die seide kappe oh wir haben aber gerade viel mensch vermutlich weil das handelsding oben war ne und da konnte der nicht aufräumen das kommt mir natürlich jetzt sehr zugute leck an dem frosch vielleicht den schief moment nein danke fünf und dann brauchen wir noch zehn klumpen kannst du mir eben ein paar klumpen herstellen den farben nach zu urteilen schmeckt er nach blaubeere erdbeere wald beiß meister soll die tiere schon in sicht na noch nicht ganz 30 prozent das geht jetzt verhältnismäßig langsam nicht mehr lange nöja das aber schon noch ein stück da haben wir schon was vor uns müssen wir gucken ob wir zwischendrin mal eine nachricht kam einwählen des warptores das haben wir gelesen wo wir unterwegs waren ich habe sie selbst noch nie gesehen ja ja das dauert aber schon noch ein weichen also das sehen wir heute nicht mehr da bin ich mir sehr sicher so fisch fahren ich bin da nicht drauf stecken können wieso nicht ach so für eine fisch fahren brauche ich ja auch fische das ergibt sinn ne also ich nehme jetzt hier meine fische eier raus ja na doch geht schwupp fische im wasser so hier noch eins es ist echt nicht leicht da noch eins hin ich gebe sie auf geil dich äh du hast noch klumpen mach mal ruhig noch ein paar klumpen ist es ich 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 Dann haben wir die halt leider nicht mehr hier drin, ne? Können wir die nicht mehr bestaunen? Im Aquarium. Ich brauch noch mehr Seide. Und Phytoplankton A. An die Wand tackern. Ja, da muss ich mir aber extra dafür noch so Eier basteln. Weil wir sie auch so häufig bestaunt haben. Ja. Ein Aquarium volllassen. Na. Nee, nee, die Fische haben schon Freiheit verdient, finde ich. Freiheit für die Fische. Ja, warte, reicht das mal? Übertreib's nicht. Hm? Nee, 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 nee. Da noch einen hin. Äh. Äh. Da hinten noch einen hin. Zack. Baby Haunted. Da noch einen hin. Und jetzt fehlt mir einmal Seide. Na klar. Genau, wir können die Fische dann im Wasser bestaunen. Seite, 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 Seite. War mal kurz in diesem... Wie hieß das noch? Draußen. Oh. Und? Was sagst du? Ging? Ging? Ist hier rumwubbelt. Fischis. Fischis am rumwubbeln. Ja, Mann. Sehr schön. Das finden wir wirklich sehr, sehr schön. Guck. Und da scheinen sich jetzt hier auch überall schon Fischis auszubreiten. Guck. Jetzt nicht nur bei uns vorne ganz viele Fischis, sondern hier hinten auch Fischis. Überall Fischis. Nice. Sehr schön. Das finden wir wunderbar. Gibt ein Easter Egg mit dem Kraken. Ach, gar nicht. Du lügschwindelst bestimmt. Das wollten wir ja haben. Den hätte ich ja beinahe gänzlich vergessen. Krass. Ähm. Deswegen meine Frage vorhin. Ja, okay. Verstehe ich. So, ich mache jetzt mal hier hinten eine Kiste mit Seide. So. Ähm. Ja. Leiterplatte. Brauche ich jetzt gerade zwei. Das ist schon mal gut. Regierungsstäbe brauche ich zwei Stück. Hier und noch ein Alu. Aluminium. Da. Ach so, warte, den Stab. Ähm. Ach so, was sind denn das? Energiemultiplikator-Sicherung. Zwei Stück. Äh. 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 Ich hätte gedacht, es geht aus. Aber es geht nicht aus. Ja, dann. Ja, dann. So, ich brauche davon zwei. Kriegst du das hin? Nee, du stehst zu weit weg, ne? Warte. Und ich brauche so ein Kompass-Ding. Das kann der nicht, ne? Schade. Ähm. Jetzt muss man hier auch noch was selber machen. Das ist ja ekelig. Hallo. Äh. Ein Silizium und ein Magnesium. Wie der werde ich. Puh. So. Habe ich. Hinten würde ich das, glaube ich, anbauen wollen. Oh, ich darf das hier drauf bauen? Oh, das ist aber nett. Das habe ich jetzt nicht mal kommen sehen, dass ich das darf. Ging davon aus, dass ich das nicht darf. Mein Unschön ist, dass es natürlich nicht gerade drauf steht. Das scheint nicht zu gehen, dass es gerade drauf steht. Gut, dann muss es halt so stehen bleiben. Geht noch. Das ist ein Portal-Generator. Mit dem Portal-Generator, der ermöglicht es uns, entfernte Wracks zu erreichen, einzigartige Gegenstände zu finden. Wir haben ein Stargate. So sieht's aus. Scheiße. Entfernte Wracks, also auf anderen Planeten? Das weiß ich nur nicht. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Staff für einen Porter. Hm, machst du mir mal bitte einen Stab. Oder gleich mehrere. Obsidian. Osmium. Hm, hier. Kammium-C-u-n-i-rt. Kulsarquartz. Danke, reicht. Gut. Zeug für den Porter haben wir dabei. Nach entfernten Wracks-Scan. Verwende diese Maschine, um Wracks zu erkunden, die überall auf deinem Planeten verstreut sind. Zum Öffnen von Portalen wird Quarz benötigt. Scanne erneut nach Fundorten, wenn du nicht genügend Quarz hast. Der Seltenheitsgrad gibt die Seltenheit der in den Wracks gefundenen Beute an. Der Schwierigkeitsgrad gibt an, wie komplex das Innere der Wracks sein wird. An allen Orten gibt es mindestens ein Wrack, manchmal auch mehr. Sie müssen über das Portal zurückkehren, um die gesammelte Beute zu behalten. Wracks enthalten einzigartige Beute. Okay, ich kann also nicht... Ich kann also nicht damit. Das geht nicht. Das heißt, wenn da steht, ich muss mit dem Wrack zurückkehren, kann ich auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich keinen Porter bauen. Ich habe es genau gehört. Es ist jetzt dein Planet. Ja, Matze brüllt mich direkt an. So ist es, alles klar. Dann, wir machen das einfach mal, würde ich sagen. Standort. Seltenheit, Schwierigkeit. 5, 5, 2, 1. Ja, das ist 2... Achso, erforderliche Materialien. Ah. Aber das habe ich doch noch... Den Scheiß hier habe ich doch noch nicht. Also vor allem Blasarquartz. Hm, das hier unten kann ich. Guck. Das kann ich. Sehr gut. 3, 3 Quartz. Hol ich. Den Scheiß habe ich noch nicht. Ja. Hey, Henry. Sorry, die Gefänger. Alles gut. Nicht so schlimm. Okay, so öfter hin und her. Okay. Okay. Ich bin ich andere. pressen kommt. Mach. Ich bin ichstock. Ich bin es nah. Cool. Rein da! Okay. Wie? Portal schließen sie halt eben nicht. Da fehlt ein Sound-Effekt. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn hier klarkommen? Was, wenn ich mich hier verlaufe? What the fuck? Ich find nie wieder das Portal. Lul! Das sind hier einfach Löcher. Das ist ja mal übel mies. Ich meine, vielleicht soll ich da auch runter. Das könnte halt auch sein. Dauerstoff und Wasser dabei? Natürlich nicht. Hä? Wenn ich hier vorbereitet an diese Situation gehen würde, wieso? Ich mache das zum ersten Mal. Ich gucke jetzt hier erst mal. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss nach unten. Hier oben scheint es nichts zu geben. Ich glaube, auch die Korallen hier sollen mir sagen, du musst nach unten. Ah, na, immerhin etwas. Aber vielleicht auch nicht. Muss ja mal irgendwo ein Wrack sein. Annahme schon wiederlegt. Ja. Hey, Devil. Hey, Devil. Aha. Alpha Wand. Alles klar. Problem gelöst. Der Planet hat Sauerstoff, Atmosphäre und Wasser. Ja, ist ja meiner. Natürlich hat er das. Er ist doch mein Planet. Und auch immer noch auf unserem Planeten. Das stand ja da. Das hatte ich doch vorgelesen. Nein, ist ein anderer Planet. Nein. Das stand da. In der Beschreibung zu dem Portal-Dingsi. Bauplan-Gemeine-Larfe. Nice. Hallo, Wrack. Na? Was geht? Wieder will ich nicht auseinandernehmen. Wie geht noch? Wie ist noch funktionsfähig? BTF. In der ersten Nacht links. Aha. Toll. Das hat sich ja voll gelohnt. Nischt. Ja. Wieder erst nach links. Geil. Guck mal. Noch eine Leiter. Da wieder nischt ist. Boah, das ist ehrlich gesagt gar nichts für meinen Orientierungssinn hier, ne? Zugangskarte. Ja, eben. Zugangskarte. Okay. 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 Möglich ist es, geschlossene Türen zu öffnen. Mal ganz kurz hier rumgucken. Und dafür ist wohl die Zugangskarte. Ja. Und Tresore. Alter, Färber. Alter. Tja, jetzt wird's, jetzt wird's wild. Ich bin extra. Ich bin extra. Ich bin extra. Entschlussene Türen. Entschlussene Türen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und WB-Muggel. Bugfinder. Ein wohlhausholen Tag. Vielen lieben Dank für den Reset. Danke für den anhaltenen Support du kriegst. Danke für den zweiten. Eine vergrößerte Gummizelle und darfst in eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle schieben. Dankeschön. Nee, ich darf hier nichts bauen. Ich kann hier maximal Leuchtfackeln setzen. Mehr ist halt nicht. Oh, da ist wieder das. Wo ist denn das verfickte Portal? Sag mal. Was trinken kann ich hier, aber das ändert halt nichts daran, dass wir verhungern werden. Nee, was trinken kann ich hier auch nicht. Weil ich das Wasser zwar sehen, aber nicht dahin darf. Geil. Da ist schon die Alpha-Wand. Ah, aber hier darf ich ran. Okay, cool. Dann habe ich jetzt noch schnell was getrunken. Das ist jetzt halt auch nicht hilfreich. Mach das, Haunted. Hey, Ricket. Bodenbahn war es in der Nähe. Da, wo die Löcher im Boden waren. Süden. Süden. Ach, da. Da ist es. Ja, ja. Juhu. Überlebt. Hui. Cool. Okay. 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 Das ist schon cool. Gefährlich, aber cool. Das Ding ist halt, müsst ihr halt verhältnismäßig viel Stuff mitnehmen. Also, du brauchst halt Fackeln, um dir den Weg zu leuchten. Essen. Wasser. Da kannst du ja rein und raus gehen, wie du Bock hast. Ja, solange man den Weg findet halt, ne? Ja. 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 Warum hat der die hier eigentlich noch nicht wegsortiert? Die müssten doch eigentlich wegsortiert werden. Ja. 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 Hm. Ich habe keine Lust. So. Dann machen wir noch so ein Ding. Zack. Äh. Dünger. Wasser. Hm. Alle noch nicht unter alle Waren einfach neu anbieten. Ach so. Ja. Stimmt. Das ergibt Sinn. Jetzt müssten sie ja, genau. Jetzt ist es dabei und jetzt wird es auch weggeschafft. Ja. Ergibt Sinn. Kleiner Tipp aus dem Weg, du hast ja links unten Koordinaten. Na hier ja, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, sieht das nicht so aus. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, eine feste Koordinate, die sich nicht bewegt. Also wo es nicht so ist, dass die irgendwie, je nachdem, wie man läuft, sich verändert, dachte ich. Oh, die sind auch ganz bunt. Schwierigkeitsgrad war drei, also mittel. Ich dachte, der war eins. Ach nee, Schwierigkeit drei. Okay, krass. Meinte die Map, nicht das Raumschiff. So, war aber auch die schwierigste Location von allen, das gleich beim ersten Mal ist, bitte. Ach echt? Die ist am schwierigsten? Aber da gibt es doch noch welche mit Schwierigkeitsgrad fünf und sowas. Ähm. Nehme ich mir mit. Nehme ich mir mit. So. Ansonsten. Hm, das kann ich nicht nachfragen. Okay. Ach so, doch sowas kann ich nachfragen. Aber halt nicht. Ach, ist es eigentlich sinnvoll, solche Zugangskarten mitzunehmen? Oder passen die immer nur in eine? Also immer nur bei einem Portal. Weil ansonsten könnte ich die ja zum nächsten einfach mitnehmen. Wenn ich jetzt so schwer war, war halt der erste Besuch. Hat man ja keinen Dunst. Ja. Üben. Was denn immer? Das dachte ich mir nämlich jetzt schon fast. Okay. Kultig. Hui. Wenn ich das mitnehmen, wirkt wie Cheat ein bisschen, ne? So, wenn das Portal Richtung Süden war, muss ja jetzt so Richtung Norden irgendwo das Wrack sein, oder? So, so doch die Theorie, nicht? Wäre das nicht logisch? Ne, vermutlich nicht, weil ich vorhin einfach irgendwie wild rumgeflogen bin. Da ist es. Okay, das heißt, da... Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also, im Westen. Da war ich doch vorhin... Das habe ich doch vorhin gemacht. Ich bin doch vom Wrack ausgehend Westen, dachte ich. Ne, West... Ja, doch. Südwest. Ha. Ha, ha, ha. So, hallo Wrack. Was geht ab? Lange nicht gesehen. Da leuchtet's blau. Äh, hier leuchtet's blau. Da hinten leuchtet's blau. Und da hinten leuchtet's blau. Also, zum Tresor funktioniert einmal frei, ne? Ah, frei, Froscheier. Okay. 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 Ja, ich könnte halt jetzt hier rausgehen, aber ich weiß ja eigentlich, dass hier noch mehr drin ist, ne? Frage ist halt nur... Wo? Das ist halt jetzt so der schwere Punkt. Wir können ja mal hier hoch. Hä? Äh. Ja, hier ist noch was. Okay, dann können wir aber hier jetzt auch, äh, wieder runter. Was war das hier? Hier ist nix. Ja, und hier geht's einfach dann wieder zurück, glaub ich. Also, ich denke, ich denke fast, das war's. Fast. Vielleicht. Da geht's raus. Hier ist nischt. Wir würden draußen halt noch untersuchen, ne? Draußen waren ja auf jeden Fall auch noch Kisten, die da so rumlagen, aber ich glaube, hier drin sind wir jetzt echt erst mal durch. Na gut. Na gut. Dann Richtung... Da in die Richtung ist Ausgang. Also Portal. Aber hier liegen noch Kisten rum. Ich hatte hier Kisten gesehen, weiß ich genau. Und noch zwei Stück ist halt jetzt die Frage, wo waren die? Enensor led! Verg's! Wie... 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 ... Und ruhig mal zurückrufen. Und ruhig mal zurückrufen. Nee, irgendwie. Irgendwie will sich die Kiste nicht mehr zeigen. Oder die Kisten, das waren mindestens zwei, hatte ich noch gesehen. Deprimierend. Und ruhig mal zurückrufen. Und ruhig mal zurückrufen. Bin ich zu gierig? Vermutlich, ne? Jemand anderes hätte die Suche längst abgebrochen. Lüchenbleck-Silver. Lüchenbleck-Silver. Wo haben wir denn eine Nadel? Quasi, eigentlich zwei Kisten. Die sind blau. Ach, da ist eine. Kiste Nummer eins. Es gibt auf jeden Fall noch eine weitere. Ich bin mir sicher, ich habe vorhin zwei Kisten ignoriert. Bei der Suche nach dem Weg nach Hause. Da. Boah. Da. Die war von der anderen gar nicht so weit entfernt. Schön. Ja, ich denke, das war's. So, jetzt müssen wir bloß das Portal wiederfinden. Portal oder Wrack, je nachdem. Oh, noch eine Kiste. Hm. Mist. Auf Eisen muss er jetzt nun wirklich nicht sein. Hm. So, einziges Problem. Ich das hier so mache. Bis das die Kiste stehen bleibt und die mich dann vielleicht verwirrt. Hm. Ja, ich hätte auch gedacht, so Richtung Nordosten. Grob vom Gefühl. Aber. Ach da. Da ist es. So, nochmal rumgucken. Aber ich denke, jetzt haben wir das meiste. Okay. Okay. So, jetzt habe ich das dringende Bedürfnis, mir hier eine Kiste hinzustellen. Hm. Ah. Ach Gott, ich habe schon drei, ne? Okay. 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 Na, wobei, ich kann ich da drin lassen. Brrrr. Brrrr. Drohnen so brrrr. Direkt drauf gestürzt. Das muss da gehen. Stufe 2 wird immer noch nicht weggeräumt. Aber vielleicht auch, weil es hier noch nicht drin ist. Warte mal. Ist hier noch nicht, ich habe es hier noch nicht eingestellt neu. Jetzt. Jetzt sollte es auch weggeräumt werden. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderschön. So. Achso, nee, warte. Ich glaube, ich konnte ein neues Ei. Und irgendwas konnten wir ein neues Ei. Hier. Afai-Froscheier. Die sind neu. Klick. So, das heißt aber auch, ich brauche so einen wieder. Das, das, das und ein Wasser. Oh, hier. So, warten wir ab. Also mit dem Frax ist schon krass. Aber ja, das ist dann halt deine, deine Ressourcenquelle, ne? Weil irgendwann, also zumindest wenn das wirklich unendlich ist, was der Joker geschrieben hatte, ne? Das ist unendlich immer wieder neu. Ja. Hast du halt so wirklich auch die seltenen Ressourcen immer wieder zur Verfügung. Boom. Nice. So. Jetzt mal den hier hin. Jetzt sehen wir die Frösche kaum. Hello. Schick. Schick Farbgebung. Hübsch. Ah, das hier wird jetzt. Dadurch, dass ich für das Portal-Ding die rausnehmen musste. Ich schick. Ich schick. Ich schick. Ich schick. Apropos, wir können ja jetzt bestimmt Sachen kaufen. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Da könnten wir uns natürlich auch... Könnten wir nicht. Weil es nun gerade den nicht für 2,5 gibt. Der ist nun wieder teurer. Der Energie-Multiplikator. Kostet direkt 6.000. Natürlich. Noch einen Fisch an die Wand und nennen ihn Dave. Ich glaube, ich werde jetzt hier so anfangen, die zu kaufen, oder? Also... Ohne Stufe 2 wäre natürlich auch nice. Pass auf, ich nehme den und den. Ja. Achso. Beim nächsten Mal. Wenn sie dann wieder da ist. So, wollen wir noch einen? Okay, mal gucken. Verteil schließen. Schwierigkeits-2 wäre doch ganz nett, oder? 2 Quasar, 3 Pulsar und 2 grün, 2 blau, 3 rosa. Haben wir so viel schon? Jo. Jo. Sehr schön. Na dann. Jetzt müsst ihr echt so noch machen, weißt du? So wie bei einem Star-Gain. Küche gibt es ein hilfreiches Rezept in der Küche. Jetzt hier Durst. Nicht schlecht. Laufgeschwindigkeit. Ja, vielleicht ein Durst reduzieren. Maybe. Das wäre so das Einzige, was ich jetzt... ... ... ... ... Hi, Myrim. Wieder? Sieht das immer so aus? Ich meine, das ist nett diesmal, ne? Also, dass es direkt da unten ist. Ist Zufall. Okay. Ich dachte schon, es trifft mich jetzt immer... Also, ich kriege jetzt immer das... Weil das ist doch auch dasselbe Raumschiff, oder nicht? Ah, vielleicht auch nicht. Ich bin jetzt... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wäre aber sehr dünn, ehrlich gesagt Okay, gehen wir hier mal hier lang So, das kann ja nicht am Ende sein Hm, das ist dasselbe Raumschiff, oder? Zu Nerd Bros ist dasselbe Uh, Kamin Danke für den Hinweis, dass das spezielle Mikrochips sind Netz? Na, nein Jetzt sind wir noch zwei Tresore, okay Aber ein Energiemultiplikator, nice Nicht alle, aber einige, cool Das finde ich cool Hm, war ich Hier war ich nicht Ich glaube da lang Ja Das ist auch klug, ja Das ist ein kluger Gedanke, Joker Hör doch mal auf mit diesen klugen Gedanken heute Was ist denn los mit dir? Da war es War doch Südwest Dachte ich mir doch Hm Ekelhaft Ja, ist wirklich so Es ist echt ein bisschen ekel So M Ne, das ist eigentlich Quatsch Stehen Werde ich gleich wegsortieren Nicht wegsortieren So Ein Ding Hinsen Bipsen Bessenpizza? Was? Wie? Pizza? Wer hat Pizza? Kamin Muss ich haben Hm Mhm Mhm Schön. Herausforderung, die Wärme nur mit Kamin pushen. Uff. Joker. Uff. Unser Schiff kommt zurück. Eine kluge Idee. Nee, gar nicht. Das ist überhaupt keine kluge Idee. Das ist eine sehr blöde Idee. Oh, warte. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ich glaube, es ist das, was ich denke, was es ist. Und dann kann ich mir vielleicht aber auch die Sicherung sparen. Dann hole ich die nicht, sondern hole lieber noch das und... Hey, nee, warte. Tja, verfügbar. Drei, vier... Hä? Ich bin verwirrt. Hat es mir jetzt schon was mitgebracht? Ach, es hat mir die schon mitgebracht. Ah. Ah. Danke. So, dann werden wir uns noch so eine Fischfarm bauen. Hm. Einer Wärmerakete ist man dann schon bei 150. Hm. Sag mal, für die Klumpen habe ich noch keine Kiste. Richtig? Ah, ich bin zu weit weg. Beide habe ich, glaube ich, hier irgendwo abgelegt. Okay. Ich bin zu weit weg. Nein. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Oh, guck mal, die haben so einen goldenen Glanz. Hübsch. Ja, hübschies. Nice. So. Ich weiß gar nicht, ob es lohnt sich's nochmal. War da noch Kram? Ich glaube nicht wirklich, ne? Da ist noch ne Kiste. Stopp. Irgendwann ist hier draußen was nicht, was ist das denn? Oh, fuck. Äh, aha. Erstmal links lang. Erstmal. Erstmal. Wow. So, Sackgasse. So, dann gehen wir hier jetzt rechts. Das ist auch Sackgasse. Hier können wir also, wie mache ich jetzt die Farbe? Farbe ändern. Rot. Ne, da ist, da kommen wir nicht wieder hin. Ne, das ist nicht rot, das machen wir jetzt grün. Grün ist the way. So, wie ein Basis war, mehr als den Anfang gehen können, weil ich nicht wusste, dass ich die herabschützenden Stahlbanken entfernen kann. Äh. Das ist schlecht. Wenn einem das nicht klar ist, ist es natürlich schlecht. Okay. 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 Wenn das Verlegen nicht angezeigt wird, dann kann das schon mal passieren. Ja. Genau. Äh. ganz frisch und unwissend. Mhm. Da sind die Tresore. Oh, sehr schön. Wieder ein Energiemultiplikator. Nice. Frosch-Vitrine. Mhm. Jetzt können wir nicht nur tote Fische ausstellen, sondern auch Frösche. Mal umgeschaut, dass Frack entdeckt. Ja. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Bis zum nächsten Mal. Das war's tatsächlich. Das war sehr lohnend. Sehr erfreulich. Da ist noch eine Kiste. Das Portal ist Richtung Nord-Ost. Oh. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Wie ist der Raum vorbei? Ach da. Tschut, 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 tschut. Hui. Das hat sich nochmal richtig gelohnt. Die Zugangskarte habe ich diesmal gar nicht gebraucht. Die Zugangskarte braucht man immer. Nö, ich habe diesmal keine gebraucht. Ich habe keine gebraucht. Ich habe die eine, die ich mitgenommen habe, wieder mit nach Hause genommen. Da hast du den Tresor... Na doch, ich habe doch zwei Tresore... Also ich habe im Schiff zwei Tresore gefunden und ich habe unten in dieser Base zwei Tresore gefunden. Da waren Tresore. Mal ab davon, dass da auch keine Wege mehr waren, die ich noch hätte gehen können. Nö, Käppchen? Naja, noch nicht ganz, aber bald. Bald ist Käppchentime. Was können wir denn? Können wir vielleicht noch was machen? Was Kleines. Achso, was sagt der Konto stand? 16.000, nett. Hm, steht auf deaktiviert. Das ist gut. Hm. Ich wusste nicht, dass ich eine Karte mitgenommen habe. Doch, hatte ich ja... Ey, können wir auch noch mal. Ich glaube, ich habe den Baumsamen noch nicht gekauft. Die Welkier-Eier hatte ich, ne? Dann machen wir jetzt hier noch das Schmetterlings-Ding. Und die Froscheier. So, dann sind wir nämlich hier schon mal angelangt und dann sind nur noch diese anderen Sachen. Ja. Kann das Rakete starten, bitte? Ist das wohl ein Wrack gewesen, wo ich schon drin war? Daher schon offen. Der hättest da aber ganz schön viel übersehen, du. So, also. Fischvitrine. Brauche ich eine Baumrinde. Das soll ja nur jetzt nicht das Problem sein. Man kann es nicht mittig ausrichten. Es ist schon ein bisschen estriggert, ne? Also, auch da kann man es nicht mittig ausrichten. Das ist schon... Das ist schon bösartig, muss man mal gestehen, ne? So, nee, warte. Das liegt an der Pflanze, die davor im Weg ist. Aber auch hier. So, vielleicht so. Ne. 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 Hä, nein! Verdammt! Ne. 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 Ja, super. Jetzt aber. Hey, Dave. Können wir da ein Schild? Wir können doch... Warte. Klar können wir. Ja, aber natürlich können wir. Ähm. Ist voll. Ja, es ist alles voll. Mesium. Diese Pflanze ist halt unwesentlich im Weg. Ich glaube, die muss umziehen. Tut mir leid, aber die Pflanze muss umziehen. Die zieht jetzt, äh... hier nebens Bett um. Schön. So. Meinetwegen. Okay. Brauchen wir das Ausrufezeichen? Brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, das Ausrufezeichen ist nicht nötig. Es reicht, dass das groß geschrieben ist, ja. Riesenschild für kleine Bildlull. Ja. Schön. Das ist sehr, sehr schön. Freue ich mich. Mit Otto. Ich kann halt hier keinen Menschen irgendwo hinnehmen. Dave ist ja quasi ein Fisch. Außerdem ist das ja ihr Lieblingsfisch, Dave. Halt. So. Ich. Das ist sehr schön. Die Stromtechnik dürfte ja jetzt wieder ganz entspannt sein, ne? Ja. Ja, 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 ja. 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 Ich kann bloß hier hinten die Ecke noch ordentlich abschließen. Besser. Mal überlegen, man könnte nämlich hier auch einen Durchbruch machen, ne? Wäre auch nicht schlecht. Ich hätte gerne mal ein ordentliches Vorratslager für die Kiste. Äh, für die Rinde. Die Kiste. So, pass auf. Dann machen wir das nämlich anders. Dann kommt die Rinde auch hier mit hin. Rohratsschrank. Komm ich doch eh nicht durch, ne? Ich muss hier eh immer drüber springen, ja. 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 Rinde. Rinde. Da. So. Da haben wir das dann auch da drüben. Und dann mache ich hier jetzt eine Tür durch. Die Harpune ins Knie geschlossen, er muss ja mal getaucht sein. Das ist wahr. Oh du und die Harpune. Ja. Ja. Schön. Denke ich. Das finde ich so besser. Gut. Da haben wir doch heute ordentlich was geschafft. Die hier würde ich halt auch gerne noch irgendwie weg automatisieren. Aber da ist es noch nicht so, das ist noch nicht so dringlich. So Leo ist Baumsamen. Können wir denn kurz noch so ein Ding bauen. So eins. Ein Baumverteiler-Ding. Rinde. Rinde. Kommt nicht so richtig viel Legierung, ne? Aber das kann auch sein, dass das hinten voll gelaufen ist. Ja. Das ist denkbar. Ja. Das ist denkbar. So, dann müssten die Drohnen hier nämlich den ganzen Überschuss hinbringen von den Extraktoren, damit die nicht volllaufen. Weil wenn die Extraktoren volllaufen, bringen die mir ja kein Iridium, keine Legierung, kein, ne? Und so weiter. Ja. Ja. Ja, ich denke, das ist gut so. Was habe ich denn jetzt freigeschaltet? Irgendwas habe ich freigeschaltet. Ah. Nichts freigeschaltet, sondern die, das kam. Oh, dann brauche ich das gleich nochmal. Äh. Ja, nun. Quatsch, Rinde ist hier. Muss mich erst umgewöhnen, dass die jetzt woanders steht. So. Oder wollen wir den woanders hinstellen? Damit es hier auch vielleicht mal nicht so... Also ich kann ja auch mal hier drüben mal einen hinstellen. Hm, T2. Joker. Machen wir mal den krassen Rosea hier hin. Den wir teuer gekauft haben. Und den anderen... Machen wir hier ein Stück weg. Hier ans Schiff. Vielleicht. Das ist halt je nachdem, wie krass das zuwächst, kommst du dann halt, findst du den nie wieder, wo du den gebaut hast. Das ist so das Hauptproblem. So. Dann haben wir noch Fischeier und so ein Schmetterlings-Ding. Hm. Quatsch. Das schaffen wir noch. Mh, das ist A. Freiseite. Ich hab' ich hier mitnehmen können. Nicht aufgepasst. So, den Schmetterling kicken wir hier hin. Höpcher, Schmetterling. Sehr schön. Und die Froscheier. Achso, die nicht stimmt sind... Ne, ist Fisch. Fischeier. Ja, Fisch. Nicht Frosch. In die Fischfarm. Hm. Ich bringe uns hier noch eine hin. Ne, sind Frosche. Verdammt. Ah. Nun. Nun. So. Frosche. Hm. Machen wir hier oben bei dem noch eine. Oder? Ne, der steht dann so komisch schräg. Machen wir hier hinten noch eine hin. Uh. Blaurot. Das ist ein Glubsch. Ja. Schön. Denk ich. Da wachsen jetzt schon die Bäume. Bis hier hin bisher. Das wäre okay. Also wenn da die Grenze ist, wäre es in Ordnung. Bitte nicht noch näher. du? Chat. Dann. Was ist das aber erstmal für heute? Nicht? Laden setzen sich die Bäume eh immer ein wenig anders. Okay. Ah. Okay. Ah. Ha. Heut war ich schnell genug. so ja gerne sehr gerne feierabend für heute ich schicke euch dort wünsche ich euch ganz ganz viel spaß einen fantastischen restfeiertag kommt morgen noch gut durch den arbeitstag und wir sehen uns dann spätestens am samstag hier wieder vielleicht auch morgen abend das möchte ich noch nicht noch nicht bestätigen normalerweise ist morgen frei freitags ist frei auch stream frei werden wir sehen ich danke euch fürs einschalten